Komm schon, fang endlich an. Lass dir Zeit, hör nicht auf ihn. Ach was, zeig den Leuten, wo's lang geht. Du musst nett zu ihnen sein. Zeit ist Geld, Mama hinne. Ich habe Besseres zu tun, als hier den ganzen Tag rumzuschweben. Ein frommer Engel braucht kein Geld und habe. Außer die Liebe zu Gott. Sehe ich arg fromm aus, Kreuzkruzifix? Nun ja, aber du könntest tatsächlich mit deiner Rede anfangen. Na also, los, fang an. Bitte schalten Sie jetzt Ihre Handys aus und setzen Sie sich hin. Danke.